herzlich willkommen zu einem weiteren video von unserem kanal sofort gleich es ist mal wieder rumpel zeit ja gilde nummer eins hier gegen die erhebs siemen und ja ich meine heute war leute heute mal halloween gefeiert wie habt ihr auch gefeiert leute erzählts mal was dann schreibt man in die kommentare ja ja also bei uns war der abend mega cool mega cool abend auf jeden fall the boys the boys this is the boys also nein leute wir haben nicht nur dahin gesessen und haben gewollt guckt nein wir waren draußen und habe einfach gefallen ist einfach cool gesundheit ist aus was toll schön ins mikrofon bei uns war nämlich lagerfeuer und danach stinkt man nach rauch das ist unfassbar nächste hundert war da steht man so als hätte man 500 zigaretten gebraucht der wailer gleich dabei hat man einfach nur im lagerfeuer gesessen diesmal schaffe ich keine glatte 100 denke ich ja glaubt das könnte ein bisschen problematisch werden egal dann wird es halt keine glatte 100 vielleicht habe ich ja glück und ich wollte gerade sagen und sie ist einfach jetzt tot ja so aber dann habe ich trotzdem keine 88 oh mein gott 88 ausgeholt ja auch genau aber über 40k jetzt schon mal choco taco choco taco muss man schmecken hier oder mein bc w den super back er kann keine videos mehr ausspielen und hier hinten noch der wild brine kurz wundersicht neustarten 85 so auf ins nächste match ich liebe dieses tablet nein das ist fast leer ja genau das kann ich wahr sein und dann haben wir auch das hier geschafft so 96 was ist denn hier los hier wird da hinten mit genossen so ein kurzer zwischenstand so was haben wir denn hier wir haben 44 aktive gab bei den gegnern bei uns noch mal kurz ein bau und team in 96 99 chris 98 mr pink 98 zwei jäsen 987 ist schon fertig 95 matches noch zahlt aus 9 3 ein moskito 98 aerodynamic 97 ab dem 97 seien substancen 11 7 7 7 behalten center 0 7 7 7 7 7 9 10 7 7 9 6 5 7 6 6 6 4 9 9 5 5 der partners 1 1 1 2 1 stopp daz 11 8 x amazon 911 mal rika 98 krankus 19 7 3 nati nate swiss shogun mark fowle to las enska thomas cookie michael henni spirit finch eat fresh food apokalyptiker brownie x strike this lord ulrike sonja und frankenstein 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 stein 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 meinst du frankenstein ja glaubst du das so hier zum hochheilen wenn man den dann noch mit rein das lasse ich einfach mal so mein gott bitte 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 der mies das war 87 mein gott nicht so toll und so noch vier matches timmy c3 die james woods high school schlimme tina und es war es gewesen jetzt bin ich überlegen moment nein kommen wir machen einfach martina teckel noch mit hinzu jetzt sinds denn stuffington academy der cia student 99 punkte so 41 2 9 3 handlings ist auf jeden fall eine geile kombo und jetzt die stuffington academy noch mit hinzu jetzt bin ich kann überlegen wollen es so oder machen wir das so oder machen wir es einfach so oder wie machen wir das ob wir machen das ja genau und jetzt noch hier badminton roger und das war es gegen timu flash so eine glatte 100 geholt weiter geht's lace reflections eugene belcher diorama jean was war das jetzt eigentlich schon gekommen wo die spray painter hier haben wir 44 schaden da haben 48 schaden gleich im first hit lila noch nebendran dann sind wir noch viel besser am start und das war's hier noch der stand gespielt fertig so die nächste 100 geholt noch ein einziges match miss miss sassy miss sassy oh jawohl stuffington academy mit der louise oder oben gegen das buch der zaubersprüche auf jeden fall sehr effektiv kann dagegen nichts mehr machen und das ding ist gerockt gegen miss sassy mit der glatten 100 wenn es euch kann das mal bitte daumen nach oben da schreibt was die kommentare aber nicht den kanal und als nächstes mal ein wenn es wieder heißt animation slowdown mit mir gleich auf rein macht's gut bis dann und tschüss